Willkommen bei LZ Parts im Online-Shop der Lidlmann und Zankl AG. Was habe ich heute für euch? Außenspiegel hier, Dacia Duster. Beim Dacia Duster Phase 1 der ersten Generationen haben wir Außenspiegel, die sind anders als diese. Also ihr könnt relativ schnell feststellen, welches der richtige ist. Also der überarbeitete Phase 2, könnt ihr da vorne nach hinten und ein bisschen nach oben und nach unten bewegen. Der ist das dann am Platz. Das ist so nicht schlecht, dass sie so schön beweglich sind. Für den Caravanbetrieb in Bezug auf zusätzliche Außenspiegel ist das nicht so toll. Da braucht man meistens Querstreben, die den Spiegel dann besser abstützen. Darum geht es aber nicht, sondern es geht um das Spiegelglas hier. Das ist asphärisch und blau eingetönt. Und das möchte ich ganz gerne hier einsetzen bzw. tauschen. Was brauchen wir dafür? Ein etwas breiteres Spachtelwerkzeug. Und das ist jetzt nicht ganz einfach für mich zu demontieren, weil ich bin ja hinter der Kamera oder vor der Kamera, aber hinter dem Spiegel. Also muss man hier einsetzen. Erstmal kippen wir ihn komplett. Dann setzen wir drunter und hoffentlich bricht er nicht. Nein, tut er nicht. Also, dann haben wir das Spiegelglas schon mal raus. Rausfallen kann es nicht, weil wir haben ja beheizte Außenspiegel. Übrigens, wenn man sie von hinten sehen möchte, die haben auch eine Spiegelheizung und auch hier die Anschlüsse. So, die werde ich jetzt hier mal abziehen. Wenn sie sich dann abziehen lassen. Zur Sicherheit habe ich mir schon mal eine Zange besorgt. Eins und zwei. Die sind schon ziemlich fest. Also dieses Spiegelglas, das originale ist relativ leicht. Ist nicht asphärisch, wie man sieht. Und dieses hier ist eine richtig schwere Qualität. Auch ein sehr dickes Spiegelglas. So, dann müssen wir die Spiegelheizung wieder drauf tun. Sitzt ziemlich locker. Also müssen wir die Anschlüsse ein wenig verhängen. Nur ganz leicht, weil sonst kriegt man wirklich Schwierigkeiten, die wieder drauf zu tun. Sie sollen halt ordentlich halten, die Anschlüsse. Und der Kontakt soll ja auch gegeben sein. Dann drücken wir die da mal drauf. War es immer noch zu leicht. Dann setze ich die mal auf und drücke sie mit der Zange, während sie draufsetzen. Das ist dann einfacher. Das sind aber Biefsächerchen. Wie immer, alles gleich. Nichts geschönt. Weil wir haben ja meistens die gleichen Problemchen wie jeder andere auch. Wir sind im Werkstattbetrieb. Meine Kollegen sind alle recht höflich und freundlich und unterbrechen mich jetzt bei diesem kurzen Video nicht. Weil viel Arbeit ist es ja nicht, die zu tauschen. Muss man aber auch aufpassen, dass man die Klemmen nicht abbricht. So, einer sitzt schon richtig gut. Lass ich das Spiegelglas mal drauf hängen. Den muss ich noch ein bisschen mehr quetschen. Sonst müsst ihr das Video auf der anderen Seite nochmal wiederholen. So, jetzt passt er und sitzt. Mal gucken, ob es passt. Mal überprüfen. Also von der Optik her sieht das gleich aus. Mal überprüfen. Also von der Optik her sieht das gleich aus. Das will noch nicht so richtig. So wie wir das wollen. Wer hat gesagt, dass es einfach ist? Keiner. So, dann haben wir das fertig. Also. Passt. Ist asphärisch. Und sieht auch noch richtig gut aus. Okay. In diesem Sinne. Ich hoffe, wie immer, dass ich weiterhelfen konnte. Natürlich wird dieses Produkt auch in den Shop kommen. Alles klar. Wie immer. Bis denn dann.